es redet der eigentlich und schon wieder so blöd von der weise auch nicht egal an dieses problem also eben wann er jetzt ja gar keine raketen bei dem anderen hier sind raketen drin ach ich hab doch keine ahnung ich habe einen heimlichen weg nach oben gefunden hier sind vielleicht raketen ja auf der anderen seite auch noch hier oben ist ich kann signal empfangen der maulwästiges kann der ist mein 13th reason hier ist noch ein anderer sie labern ist über haki ok 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 wie siehst du sterne an oder ich suche einfach ein signal ach so guck mal wer noch eins ist ok kannst du zu der anderen noch hin oder muss ja schon rüber wir müssen hier glaube ich so trapez künstlermäßig machen nein ich muss nicht einfach hochschießen weil ich groß bin aber ja stimmt dein posen immer es gibt bei patrick war es muss ich sagen glaubt er wird auch so was machen jetzt kleiner so viel macht warte mal so du musst du jetzt kleinen hochhauen ich war nicht gefragt wie hoch ich dich du mich schlagen würdest wenn ich der kleine wäre das ist ja der plan ich glaube es ist nicht okay ich wusste ich wusste ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe so und jetzt gehst du rüber und holst mich von da oben ja hast ja ein bisschen mehr schwung er muss schon runter starten dann fehlt einfach sein speed wenn man das war ein scheiß warum konnte ich jetzt nicht hucken ich darf uns als kleiner hoffen dachte ich darf uns große auch ich hab's gleich kannst du eigentlich jumpen oder warum darfst du kannst du jetzt aber hier hochgekommen oder weil ich auf einer anderen ebene war ich war ja ach du warst da ich drauf gar nichts mehr was guckst du zurück ich habe mit meiner person es ist es ist ja komm herr du scheiß roboter ich mache ich kaputt es war witzig also im mix club will ich als letztes machen da muss man bestimmt nachdenken also umbrella muss du rein da wo 25 pfeile sind klopf klopf ich wollte einfach nur dass du da reinfällst ich verstehe noch nicht ganz wo lang müssen ja das verstehe ich aber nicht so ganz ich verstehe es jetzt echt nicht ja schon aber die frage ist was du machen ah ne wald toggle walls mann lest du musst die walls togeln ach so es geht noch mal ich denk's denk dran grün und blau sind nochmal unterschiedlich kannst du dich beliebt okay okay ich kann safe lenken ich kann safe lenken ja ich verstehe ich verstehe ich muss die blauen dodgen ich sterbe einfach dann wenn ich zwischen den switch ja sind nicht aufgefallen ich habe vorhin gesagt ich weiß ich war in meinem flow ich glaube ich um darüber zu gleiten ich habe ihn gefunden ich habe einen check von euch schon gesagt ah du gibst mir den ok warte was ich muss da auf dieses ding hier ja ist er da irgendwie weg wenn du es cancelst wahrscheinlich cancel culture es sieht so aus als könnte ich zwischendurch hüpfen naja es sieht es nur so aus oh hei guck mal nach oben guck mal ich könnte aber auch also das sieht so aus als könnte ich zwischendurch hüpfen das ist ein scam ok geh nach oben hast du überhaupt zu mir? ich kann ja nochmal überlegen du bist ja hier irgendwie hoch doch du musst da springen ja aber ich weiß nicht doch doch ne du musst ja irgendwie zu mir warte mal ich geh schnell mal genau mittig ah ne guck mal hier ist ein knopf ich ideo ja gut ich dachte ja schon ich muss einzeln drucken oder die wände so ja ich weiß nicht das wäre ein wege dahin nix da war jetzt auch keine rakete ne ne ich glaube nicht wir glauben es wir werden es nie erfahren vor allem ja doch nochmal zurück jetzt noch sterne ich schieß jetzt den der sterne ins bett der sterne ins bett ist schon das dritte chapter jetzt ne hm ich glaube ich 6 chapters hast du mal ich mach das vergessen schon wieder ok ähm man muss ja ja gar keine publishedqbes solven alter Jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen scammed. Aha! Okay. Ah, du bist schon da drüben? Hm. Nice. Wird doch schon geholt. Wo muss der rein? Ah, hier musst du was machen. Ähm, weiß nicht, nur ich da rein? Jetzt hab ich wahrscheinlich so was gemacht, was für dich ist. Ah, guck mal. Ah, du musst eine Leitung machen. Aber... Bis nach da drüben. Okay, warte mal, wie weit geht denn das? Wohin? Okay, okay. Ach, lieber. Geh mal da hin. Ah, da kann sogar nur ich hin. Oh. Ah! Mistiges Viech. Brüder. Pflanzenkopf. Hä? Check ich grad nicht ganz. Bis hier abgeht. Ah, hier. Nee, doch nicht. Hä? Ich hab irgendwie Lust. Hab einen. Klopp. So. Ähm. Oh, let's go. Oh, eine Slidingbahn. Da warst du drauf? Ah, da wollte ich drauf. Aber es hat nicht funktioniert. Hab mich nicht gelassen. Weil du wahrscheinlich nicht darfst mit deinen Füßen. Aber du wolltest nicht, dass ich mich das hier rausbringen soll. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier grad komisches mache. Das ist auch was. Das stell ich wahrscheinlich wieder gleich. Ah, nee. Ich check's nicht. Vielleicht muss ich dir da helfen. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Jeder muss eins alleine machen. Eins ist egal, wer es macht. Und dann das letzte, was wir zusammen machen. So, lass mich dir mal hier helfen. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ähm. Ich seh, warte mal. Ah ja. Stopp. Warte einfach da. Ich weiß es auch nicht. Komm ich eigentlich wieder hoch? Na, so nicht. Schade. Okay, ähm. Ah. Okay, du musst auf die andere Seite, dass ich erstmal hier reinkomme. Nee. Auf die andere Seite. Hä? Hast du nicht da... Ja. Krass. Deswegen wundert's mich. Hä? Wo macht denn das Sinn? Hä? Warte mal. Ich geh jetzt drauf. Warum geht es jetzt runter? Wenn ich da drauf stehe. Ich verstehe es nicht. Okay. Willst du mal von der anderen Seite vielleicht drauf? Ich check... Ich check nicht, was ich hier mach? Dann komm mal... Komm nochmal hoch und helf mir erst mal hoch. Ja, okay. Komm da rein. Ähm. Wo war denn das überhaupt? In der Mitte. Oben. In der Mitte. Achso. Mann! Also. Ich muss auf die andere Seite. Yeah. Mix uns ein, was das funktioniert. Ähm. Eine Rakete. Oh, hier we go. All das für eine Rakete? Achso, nee. So. Ja, super. Aber da drin ist auch noch eins. Ja. Ich wollte das ablegen, in der Luft eigentlich. Ja, ich... Ja, du legst auch hin, du Idiot. So. Okay. Ja, denke du auf die andere Seite mal. Du hast ja scheinbar gar nicht von unten hingemusst. Und es gibt die andere Seite. Warum kann ich nach unten? Ja. Deswegen packst du wahrscheinlich auch rum, weil das gar nicht gewollt ist. Ja. Wahrscheinlich. Boah. Oh. Boah. Aber versteht doch... Ich... Ich raff's nicht. Irgendeinen Sinn muss es ja haben, dass ich auf die andere Seite von der Map kam. War da nicht so ein Teil? Vielleicht? Nee. Ja. Hast du schon geholt? Nee. Ja. 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 noch mal drei das fliegt da du bist es muss doch erst am rand drehen auch stimmt warum es nicht hoch geht heute schon wieder ausrasten ich habe irgendwie gar nichts geschalten ich weiß gar nicht was eigentlich du musst da rein links mini wall jobs und dann musst du da durch ich aktiviere vielleicht einfach die knopfe drücken der bürger drauf ist ja dann die noch mal muss ja die anderen an die da fängt es da an das ist fast alles richtig gedreht jetzt noch mal die linke geht es geht nicht zusammen ich muss sie dann umdrehen jetzt drückt einen knopf von einem drück den knopf ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ach so damit sich das nicht dreht da muss einer draufstehen jetzt verstehe ich okay tatsache aber in ihm weil ich gibt die arbeit ihm und ihm und ihm so und jetzt ja drückstall erwähnt drückstall erwähnt ja komm meine schlauze ich sterbe jetzt drinnen ich sehe jetzt ein stromschlag oh die heult im bett overall happiness happy neutral sad angry sie ist was ist sie denn happy neutral und sad sie ist gerade sad glaube ich sehr viel ein sad angry ist rot doch sie ist ganz viel orange okay so this is creepy no look he's tracking how well being yeah yeah still super creepy hey what does this do dann machen wir sie angry oder oh ne what no that can't be right i mean she she laughs in each few times every day we have been arguing boah wir sind ja voll die assie Eltern alter was was what about her her worry huh what mhm no that can't be right nah nah i'm sorry this is this space monkey toy thing he doesn't know what he's talking about okay let's just get out of this this creepy place hey 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 how about uh how about maybe we can uh beam ourselves back to rose from here no careful er drückt einfach yeah boom it's working it doesn't sound like it Jetzt kämpfen wir gegen den Affen, oder? Ja. Wir haben nicht mehr mehr... Ich hatte drei Phasen, ne? Äh, ja, okay. Äh, okay. Ah, ah, okay, warte, warte. Hm. Ja, was denn? Noch? Noch. Ah. Ach, da, durch, oder? Jetzt musst du da reinlasern lassen. Easy. Wo bist du? Nein, wie unfair! Okay, 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 es tut weh, es tut weh, es tut weh, es tut wirklich weh. Okay. Okay. Okay, du musst auf den Knopf, du musst auf den Knopf, du musst auf den Knopf. Wooh! Du musst auf den Knopf. Ich darf mich nicht kleiner oder größer machen währenddessen. Bitte muss doch auf den Knopf. Hier drüben. Hier drüben! Ich renne, ich renne, ich renne! Ja! Wieso? Wie wenig Schaden hat es bitte gemacht? 3x3-Phasen. Der schießt wieder mich an. Äh! Vielleicht SpongeBob. Wollte grad sagen, wie bei Isaac. Mit der Mutter. Mit dem Herz. Wo ist der nächste Knopf? Wie sehe ich ihn? Ey guck mal, da hast du ein Ding, wo du hochlaufen kannst. Ähm. Ah, du musst da auch hochlaufen. Stimmt. Okay, das war Phase 1. Darf ich ihn jetzt an ins Raul hauen? Oh. Ich komme! Okay, weird. Das war Sass. Das war Sass jetzt. Oh! Geil, direkt reingerannt. Äh, wie unfair. Oh ja. Die Musik! Äh! Du kannst ja nur getroffen werden! Beide sterben ist... ...vorbei? Nein! Boah, Alter, zum Glück. Die sind ja voll gemein. Da kann man ja nicht... Ah, doch. Oh, das ist eine gefangen. Äh. Ja, genau. Das ist so scheiße. Man muss doch unten drücken, ey. Wie hast du die aufgehalten? Das ist so scheiße. So. So. Scheißdreck, ey. Bam! So ein... Ja, genau. So ein... Und nachher, du Kack-Rakete. Yeah! Okay, einmal eine Runde drehen und... Oh, bam! Also, Pilot werde ich nicht. Sag ich dir jetzt schon mal. Eieieiei, ei, 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 caramba! Donde ist da la... Okay, das kommt. Oh, shit! In seinen Arsch! Machst du's, oder? Ja, ja. Das nervt mich ja noch mehr. Als der Laser. Scheiß, jetzt liegt die genau falsch rum. Egal, das stört mich nicht! Bam, Junge! Ich glaub, noch keinen sind es mal getroffen. Jetzt riffst du das letzte Mal. Geil. Und raus mit den Raketen. Not so cocky anymore, are you? Cody, let's just finish this! Arschloch! Nee. Ah! Du musst dir jetzt alle Kabel rausziehen. Wie damals Entner bei Iron Man. Kann ich mich nicht einfach größer machen jetzt hier? Oh! Stimmt, theoretisch. Okay, geht nicht. Stop it! Do you remember me? It's me! Rose is my best friend! And you're right to make her cry! Oh, es ist ein verdammtes Lager hier! Ich bin einig wie Briggs, ne? Ah, ja. Ja, ist okay. Glaube ich. Nee, ist es doch nicht. Scheiße, ist es doch nicht! Digga, jetzt sind mit seinem Schwanz steuert! Ist doch immer schlimmer! Der hat immer mehr Laser. Er steuert mit seinem Schwanz alles. Digga, der Typ ist schwanzgesteuert, könnte man fast sagen. Nee, er ist tatsächlich schwanzgesteuert. Alter, es sind so viele Laser hier. Es ist so ein Kack. Okay, hier sind jetzt auch ein bisschen Laser. Die sterben jetzt die Dinger tot. Äh, ja. Ich kann die Dinger one-shotten. So, jetzt. Gott! Benedikt! Ja! Hä, ich bin auf einmal hochtippiert! Hä? Oh nein! What the fuck? Wie wusste ich, dass es blitzt? Oh, diese sind im Umfang scheiße, alle. Was ist das hier gebaut? Okay, ich hab's, ich hab's. Eject! Eject! Oh Gott! Zack, okay, wir haben ihn auf Planet, äh... Keine Ahnung. Zacken sich. Binder! Yo! Hey, Mei! Was ist passiert? Ja, bereit! Ich gehe nach ihm! Hey! Ich habe ihm etwas gefunden! Ich glaube, wir können es nutzen! Nicht zu nichts, was du nicht! Ja, vertraut mich! Bleib ihn in Sicht! Ach, jetzt muss ich fliegen! Oh, ich kann das aber noch nicht! Sowohl! Jetzt killen wir einfach den Planeten, wo er drauf ist! Mhm. Wir machen einen auf Alderbahn! Oh nein! Ich seh' gar nichts! Ah, Iß! Iß! Ah! Ah, okay! Lol, guck mal rein! Das ist ja witzig! Hey! 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 Wo ist denn? Ich bin... Da! Rechts, links! Draht aus! Ja, ja! Ist ja viel cooler, wenn ich es jetzt sage! Okay, dann... Draht aus! Draht aus! Klick den Affen! Bam! Okay, er ist... Flüchtet nach Norden! Ne, dann rechts! Wie kann er lose to the dark sein? Oh ja, er ist gerade auslegst! Was ist denn nicht irgendwelche Norden oder so? Ja, ich hab... Mir ist gar... Aufkann, das mag gar keinen Sinn! Ah, da ist er! Wenn du nicht weißt, wo Norden ist! Komm her, du Scheißhaffe! Bam! Aus dem Leben gekickt! Kleiner Schmuck! Jetzt stampfe ich ihn tot! Jetzt ist er einfach tot! Wie kommen wir zurück zu Rose? Ich kann dich nicht verletzen! Ich bin ihre beste Freundin! Hallo! Sie hat dich nicht mit dir in Jahren gespielt! Okay? Du hast sie monitoriert! Komm her! Beifall! Vielleicht können wir dir helfen, wieder Freunde zu werden! Hä? Du denkst so? Ja! Ich kann Rose wieder mit dir zu sparen, zu spielen! Aber du musst uns helfen, uns zurück zu ihr zu kommen! Die verspricht ganz schön viel, was sie nicht einhalten kann, ne? Ja! Erst der Nektar... Jetzt wird er gleich ausstehen! Du musst dir promiseen, du wirst ihr nicht schreien! Ja, ja, ja! Wir promiseen! Ja, ja! Dafür bin ich nicht dabei! Sag Rose! Ich liebe sie! Wenn was immer passiert, ich werde immer ihr beste Freund sein! Nö! Verarscht! 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 Ah! Sag mal was... Hockt die eigentlich immer so rattig wie auf ihrem Bett? Lieber, das klingt verrückt, aber es sind wir! Es sind Mom und Dad! Rose! Wir brauchen deine Hilfe! Schau, ja, es sind wir! Was? Sie können uns nicht sehen! Lieber, wir brauchen zu sprechen! Wir brauchen deine Teile, um den Spell zu brechen! Lieber! Sie können uns gar nicht fühlen! Oh, was werden wir tun? Warte, warte, schau! Wir randalieren jetzt einfach und dann fängt sie zu weinen an. Weil sie Angst hat. Hoffentlich. Wir müssen halt irgendwas schreiben, oder so, dass sie es liest. Wir haben die Macht, um die Dinge rundherum zu effekten, um ihre Atenung zu bekommen. Vielleicht hat sie auch Drogen genommen. Wir machen jetzt was. Hey, unsere Ehe! Yo! Nein! Das ist gemein! Wie alt ist dieses Kind eigentlich? Wie alt ist dieses Kind eigentlich? Oh, Alter! Mal müssen sie sich abfeiern dafür! Schon mögen wir uns ein bisschen mehr. Ja! Okay... Vielen Dank.